Bin ich jetzt eine Spinne? Ja, du bist eine Spinne. Oh Gott. Psst, psst. Kann ich jetzt Bäume... Ey, ich kann Bäume hochklettern, lol. Jetzt bist du immer noch eine Spinne. Also diesmal bist du kein... Ach, Zombie. Monster bekriegen Monster hier. Das ist auch mal lustig. Ey, ich brauche nur gerade auslaufen. Die klettert überall hoch hier. Ja, toll. Ich sehe hier so gut gar nichts. Ich sehe auch nicht viel. Ach, da ist unser Zuhause. So. Schnell rein in die gute Stube. Ey, ich kann nicht mal hier... Bist du ein Skelett? Nein. Ey. Das ist ein Zombie mit Hut. Hier sind wieder ein Haufen Zombie-Viecher mit Hüten. Ja, dann komm rein. Ich passe nicht durch. Eine Spinne braucht zwei Platz. Scheiße, ich will was... Ach, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich immer noch eine Scheiß-Spinne. Hey, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, komm, ich hab hier aufgemacht. Moment, ich... Killer Chicken ist hier draußen. Das Evil Chicken. Wie es vom Hauseingang patrouilliert. Moment, jetzt kommen mir Hilfe, Hilfe, hier kommt Zombie, hier kommt Zombie und Skelett hinter mir. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Hau ab. Lass mich den Zombie killen, vielleicht werde ich zum Zombie. Das ist mir lieber wie eine Spinne. Das Evil Chicken ist unterwegs. Hau ab, jetzt... Wann stirbt denn der Zombie endlich? Scheiße, ich bin immer noch kein Zombie. Ach, Mann. Das ist ein Skelett wieder. Ich muss mal meinen Grab... Wow. Was? Okay. Jetzt hab ich mir die ganzen Sachen eingesammelt. Ich geh mal als Spinne jetzt rein. Ach. Ich hab extra Platz gemacht, ja. Ja, endlich, jetzt passe ich auch rein. Meinen dicken Arsch. Ich hasse es, eine Spinne zu sein. Ich will keine Scheiß-Spinne sein. Ich mach uns mal bett. Spinne und Huhn wohnen jetzt zusammen. Das Evil Chicken. Oh, Mann. Ach, da hast du die Wolle. Raw Mutton, was ist denn das? Kannst... Ich ja essen... So. Kann ich keine Eier legen? Ich hab einen Ironhelm. Okay. Ah, da haben wir noch ein bisschen Holz. Ah, das ist deiner. Hier, setz den mal auf. Ja. Dankeschön. Brauchst du ein Schwert? Ach, ich hab auch meine Hose, das seh ich. Und mein Ding. Ne, Schwert hab ich alles. Das passt. Eine Spitz-Axt hab ich auch. Meine Fackeln hab ich. Meine Axt hab ich. Die Feldhacke hab ich. Doch, passt eigentlich alles. Ähm, ich muss ein bisschen mehr... Ein Bett brauchen wir noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wolle reicht. Ich hab... Hast du noch Wolle? Äh, ja. Zwei Stück. Schmeiße mir mal zu. Hab ich schon. Hab ich sie schon auf... Ja, jetzt hab ich sie aufgesammelt. Sehr gut. Haben wir grad noch ein Bett. Geh mal weg. Stehst auf dem Bettplatz. So, versuchen wir mal uns reinzulegen. Oh Gott, wir können nicht mal schlafen. Na, schöne Scheiße. Okay. Wie du auf dem Bett stehst und sieht aus, als würdest du gleich draufscheißen. Warte mal, warte mal. Kannst du dich bücken als Huhn? Wie bücken? Mit Shift? Ne. Ja, ich bück mich... Mach, ich drück doch Shift grad. Sieht man das bei mir? Ich muss mal hier... Äh, bei mir... Bei mir sieht man nicht bloß hin und her beben. Ne, das sieht man nix. Okay, das sehe nur ich wahrscheinlich. Ah, das ist ja blöd. Dann gehen wir mal wieder raus. Moment, wir haben hier... Haben wir noch irgendwo Kohle? Bisschen? Ja, bisschen haben wir noch. Ich hab nämlich auch Schweinefleisch gesammelt. Und Chicken... Oh, ich hab... Raw... Du hast meine Familie getötet. Also ich hab hier auch noch was, was wir braten könnten. Was hat das denn grad? So... Ah, aus einer so ne Keule... Wenn du so ne Keule findest, werden zwei Hühnchen. Ich hab 10 Keulen. Wie macht man das? Einfach in den Ofen reinlegen. Okay. Moment, jetzt werden hier gleich grad Hühnchen... Ich brate grad normale Hühnchen. Ey, du nimmst... Ey, ich brate die Hühnchen. Du brauchst mir mein Fressen hier. Ich glaub's hart. Ich hab mir schon ein Hühnchen rausgenommen. Ja eben, dann hab ich mir voll abgezockt. So, was ist, wenn man jetzt so ne Keule hier reinlegt? Ja, da werden zwei Hühnchen draus. Raw Matten. Okay, mal gucken, ob das stimmt, was da jetzt draus wird. Zwei Hühnchen? Also bei... Nee, eins. Warum ist das bei dir jetzt draus geworden? Bei mir ist da ein Hühnchen rausgekommen. Ich hab hier noch zehn Raw Matten. Die hau ich auch mal rein. Ist ja komisch. Ich hab auch Raw Pork Chop. Okay. Aber das ist normales Schweinefleisch. Okay. Dann ess ich jetzt mal so ein... Endlich mal... Nein, ich muss meine Freunde essen. Oh nein. Schmeck gut. Schmeckt gut. So wie Bella bei Edward. Oh nein, ich sterbe. Oh Bella, sie muss Blut trinken. Ja. Äh. Trinkt sie? Äh. Ja, es schmeckt. Total angepisst. Ja, es schmeckt. Ich hab zwar keinen Bock drauf, aber ja, es schmeckt. So, wir müssen ja mal ein bisschen... Ich hab mir ein bisschen Reis reingetan. Kaffeebohnen hab ich sogar gesammelt. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffeebohnen, sei ruhig. So, jetzt haben wir hier... Belladonna seeds hab ich hier. Was hast du für Dinge? Belladonna seeds, Water... Artischock seeds. Zwei Reis. Hast du schon mal versucht, den Reis zu brennen? Den Reis brennen. Raw Meat. Ne, ich bin grad hier dabei, ein bisschen... Bisschen Sachen zu brennen. Reis hab ich noch nicht gebrannt. Müssten wir mal gucken, was man sich aus Reis alles machen kann. Ach, da hab ich ja noch Samen. Die tun wir auch in die Kiste rein. Bin grad dabei, alles zu kokeln, was geht hier. Oh, da hör ich draußen Viecher. Ja, Evil Chicken Held Stellung hier. Ich pass nicht durch, als fette Spinne. Wah! Da kommt ein Skelly. Ey! Du grad... Wah! Mann! Ne. So. So, jetzt passt ihr durch. Jetzt haben wir noch Raw Porkchop. Das braten wir auch gleich mal. Ne, mach's mal wieder normal. Weil ich muss jetzt nicht durchpassen erst mal. Ich kann dann mich schon kümmern. Äh. Hast du vielleicht ein bisschen Erde übrig für mich, dass ich auch was bauen kann? Oder wie viel Erde hast du? Das reicht schon, das reicht schon, das reicht schon. Nicht so viel. Nicht so viel, ich muss die ganze Scheiße mitschleppen. Nur ein bisschen so, dass ich mal eine Tür aufbauen kann oder zubauen kann. So, ich probier mal den Reis zu braten. Ich glaub zwar nicht, dass das geht. Nee, funktioniert nicht, das war mir klar. Raw Meat. Machen wir jetzt mal noch Meat. Wir brauchen ja bloß mal gucken, was man aus Reis machen kann. Da muss ich mal unten eingeben. Reis oder Rice. Ah, hier. Bowl of Rice. Mit Hähnchen, Samen, Steak und Bowl of Rice. Kann man Bowl of Rice with Meat machen? Wie macht man eine Bowl of Rice? Ach, da braucht man ein Schälchen. Und Reis. Mir ist langweilig. Man kann sogar Reis mit Tomatensauce machen. Mir ist langweilig. Moment. Hast du Schälchen? Wie macht man Schälchen? Ach, drei Holz. Moment, das probier ich mal. Mir ist langweilig. Ja. Mache ich uns mal ein paar Schälchen hier, dass wir ein bisschen, ach Moment, dass wir uns ein bisschen was zu essen machen können, was Gescheites hier. So. Äh, funktioniert das nicht? Ich dachte. Ah, das Haus ist hier total beschissen gemacht irgendwie. Bowl und Rice. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Bowl of Rice. Ist doch... Mir ist langweilig. Ja, Moment. Bowl, Rice, Rice, Rice. Wieso geht das nicht? Macht man das nicht an der Werkbank? Bowl, Rice, Rice, Rice. Funktioniert irgendwie nicht. Ich will es zu essen machen. Ich will ein Chicken. Das geht nicht. Ah. Sehr nett. Wahrscheinlich, weil du mit mir befreundet bist und ich ein Chicken bin. Das kann doch nicht die Ursache sein. Das muss die Ursache sein. So, jetzt baue ich mal auf. Eine Spinde kann hier unter einem Block durchgehen. Siehst du, das reicht schon. Ja, ich auch. Ja, stimmt. Hohoho. Ey. So. Glaubst du, Hack? Du wolltest doch rausgehen. Ich gehe mal kurz an den Strand runtergucken, ob da... ...ob da schon fertig ist unsere Bären hier. Ob die schon gewachsen sind. Ne, noch nicht. Ähm, wo wollen wir lang gehen? Mal da hinten? Wo hinten? Hier links lang? Ja. Laufen. Sieht das aus, als ob ich jetzt renne? Hier, ganz normal sieht das aus. Iron Gravel Org? Was ist denn das? Ach. Mal Eisen abbauen hier. Iron? Das ist aber Iron Gravel. Das ist was anderes. Was ist denn das? Aber das habe ich vorhin auch abgebaut. Iron Pe... Weed... Ach, Tinkers. Raspberry Bush. Ach. Das soll ein Busch gewesen sein. Das sah ja komisch aus. Das habe ich denn kaputt gemacht. Ich bin in den Berg hochgelaufen. Wah, Creeper. Wow. Tot. Wer? Creeper. Oh nein, bitte schlag mich nicht. Wo bist du? Bitte schlag mich nicht. Bist du das? Ja. Du bist ein Creeper. Okay. Oh nein. Naja, auch nicht schlecht. Kannst du irgendwie explodieren als Spezialeffekt? Oha. Was ist denn das? Das ist echt mies. Aluminium. Baue ich mal ab. Ah, geht nicht. Brauche ich eine bessere Axt für. Jetzt sind Creeper und Spinne unterwegs. Kann sich Creeper auf Spinne draufsetzen? Geht wohl nicht. Was sind das für hängende Bäume? Sieht auch lustig aus. Geh mal hier runter. Lüüüüüüü. Lüüüüü. Wir brauchen echt bessere Ausrüstung. Dass wir wenigstens mehr überleben. Ja, der Kuiper kann voll flitzen hier, ne? Wo bist du? Hier, äh... Ja, ich krabbel hier einen Berg hoch zu diesem riesen Zuckerrohr oder was das ist. Oh, geht's da ziemlich tief runter. Was ist denn das? Bamboo-Chute-Block. Ach, den kann man abbauen. Bambus. Für was auch immer der gut ist, sammeln wir mal ein bisschen auf. Ähm. Was sind denn das? Was sind denn das da unten für Pfützen? Die hab ich jetzt schon öfter mal gesehen. Pfützen? Ja, folge mich mal. Hier sind so einzelne Pfützen immer. Paddel steht da. Biomes or Plenty, was ist das? Kann man das abbauen? Ha. Nö. Ich hab nix mit Paddel bekommen. Ich auch nix. Wahrscheinlich ist das sowas wie Macho oder sowas. Oh, hier sind ne Palme. Guck mal. Das sind Kokosnüsse. Wo? Hinter dir. Lol. Booten. Booten. Hier, hier, hier. Komm mal hierher. Hier bin ich, hier bin ich. Was hat das Hühnchen hier auf? Der hat ne Giraffenhut auf. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Guck mal, das. Was hat das Giraffenhut auf? Guck mal, das Hühnchen hier. Das hat irgendein kleines Männchen auf dem Kopf sitzen. Wo bist denn du? Hier links. Bei dem. Ja, ich seh dich doch nicht, Mann. Hier. Hier steht... Was soll das sein? Hier ist ein Hühnchen. Das hat ein kleines Männchen auf dem Kopf bei mir. Ja, bei mir hat er das ne Quietscheente auf dem Kopf. Ein Giraffending. Hä? Das ist komisch. So, und wo geht's jetzt hier weiter? Was können wir jetzt hier... Kann ich die Kokosnüsse ernten? Ach, schade. Ich kann nicht als Spinne... Ich kann hier als Spinne wenigstens die Kokosnüsse ernten. Guck mal, die Spinne, für was die gut ist. Die kann hier schön die Palme hochklettern. Aua. Ach, nö. Jetzt bin ich wieder ein Zombie. Okay. Mann. So, Kokosnüsse hab ich schon mal fünf Stück. Sechs. So, sieben wahrscheinlich. Ne, sechs. Okay. Wo bist du jetzt? Na, hier. Ich seh dich nicht. Na, hinter dir. Ach, da. Okay. Na gut, dass du ein Zombie bist, da hast du wenigstens deine Rüstung an. Da kennt man dich wieder gut. Hier ist ja eine Höhle hier hinter uns. Ja. Da können wir vielleicht... Ne, die ist nur ganz klein. Da geht's ja gar nicht rein weiter. Oh, jetzt hat's grad ein bisschen geleckt. Oh Gott, wo soll man denn jetzt hin? Da oben geht so so ein Steinberg. Wie scheiße, wenn man als Spinne so klein ist. Da sieht man ja nix hier. Aha. Ach, da unten ist... Da unten ist Haufen Kohle. Siehst du das? Hier unten ist ja eine Schlucht. Hier können wir einiges abbauen. Siehst du mich noch? Ja. Ich baue hier grad die Kohle ab. Hier können wir vielleicht noch was entdecken, was für uns nützlich ist. Aber sehr gut. Das bietet sich jetzt an, wenn hier eine Schlucht ist, dass ich eine Spinne bin, weil ich kann klettern. Das stimmt, ja. Oh, da unten sind einige gute Materialien, wie es mir scheint. Aua. Jetzt kommt der Zombie auf mich zu. Ich habe mich aber nicht in den Zombie verwandelt. Schade eigentlich. Wir haben jetzt lieber gewesen. Was ist das? Ich will wieder Brot sein. Kupferohr.